Dämliches Gras. Du bist schuld, dass der Mann jetzt tot ist. Du hast nichts gesagt. Hier macht etwas Piep. Ah, hier piept es. Au, Feuer tut uns weh. Wie logisch. Egal, lassen wir das Gras. Kann es nicht sein. Ganz toll, wirklich. Weg mit dir. Zieh mich nicht aus. Au, böses Mistvieh. Nein, nein, nein. Kackvieh. Toll, jetzt bin ich wieder nackig. Aber, ich habe eine Metallunterhose an. Ich bin cool. I. Geht alle weg von mir. Ich will da hoch. Komme ich da einfach so hoch? Nein, oder? Ach. Verdammt. Egal. Gut, gehen wir in diese Höhle rein, wenn es sein muss. Pfeu. Oh, lebst du noch? Nein. 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 Mistviecher. Geh tot. Verdammt. Ach, hier nervt alle. Komm her. Ja, 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 ja. Danke. Das habe ich gebraucht. Ah, hier komme ich wieder hoch. Alles klar. Äh, hepp. Ja. Ne. Hier? Nein. Ähm. Wie komme ich da hoch? Einfach springen. Ja, einfach springen. Okay. Oh. Langsam. Jetzt. Vielen Dank für den Checkpoint. Hier geht's weiter. Come and get me, Monsters. Das hätte ich jetzt nicht gehabt. Nein. Weg. Puh. Böse Roboter-Dingsis. Böse Terminatoren. Noch wer? Nein. Oder doch. Nicht umgreisen. Das ist böse. Böse, böse. Ha, daneben. Oh. Ha, abgewehrt. Damit hast du nicht gerechnet. Alles meins. So, gibt's ja auch noch was? Nein. Wie schade. Aber hier gibt's gerade was. Zwar nicht zum Rauchen, aber zum Schnipseln. Nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Hey. Ist doch alles in Ordnung. Oder auch nichts. Sorry. Wollte ich nicht. Alles okay. Jeder ist weg. Hey. Hey. Süße. Ja. Eventuell, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Trotzdem danke. Eppah. Wirst du da aufgehen. Danke. Und einmal hier hoch. Und hüpp. Und aufgemacht. Ah. Das war doch sehr nützlich. Vielen Dank, Frau. Hey, wenn ich Zeit habe. Komm ich und besuche ich dich, okay? Okay. Weiter geht's. Ähm. Hier geht's nicht weiter. Ich hab mir gedacht, hier geht's weiter. Au. Ah, Feuer. Ah. Böses Feuer. Ah, da geht's weiter. Wow. Was du... Wo? Hey. Das ist unfair. Versteh' nicht. Wow. Stehen sich auch noch Bäume in unserem Weg. Keine Sorge. Ich ärrette euch, Freunde. Bleibst du wohl weg von ihnen. Nein. 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 Du hast ihn wohl in Ruhe. Lässt du ihn wohl in Ruhe, wollte ich sagen. Warte zuerst ihn. Das kann ich verstehen. Oh, wir haben bald tausend Münzen. Alles klar. Hey Mann. Verkauf uns was. Ja. Ich brauche Rüstung. Ähm. Einmal das da. Dankeschön. Und gleich nochmal. Ja. Gleich nochmal. Was haben wir hier noch? Ähm. Was war nochmal das? Entschuldigung. Ah, ja. Das will ich haben. Darf ich wieder faul sein? Was ist das? Schatz suche, Boxershorts. Hm. Will ich dir haben? Ich behalte lieber meine Titan-Boxershorts. Dankeschön. Danke dir. Ich danke dir. Also, weiter geht's. Und speichern. Also, Speicherpunkte erreicht. Ähm. Nee. Oder vielleicht auch? Äh. Oh. Schöner Effekt, aber. Hihi. Gefällt mir. Hüpp. Ui. Hier. Müsst du wohl da rauf gehen. Ein tiefer Abgrund ist nicht... Ah, ja. Ist okay, Freunde. Ähm. Danke. Okay. Äh, ja. Schon gut. Bin schon weg. Puh. Hätt' mal auf damit. Da kann ich nicht drüber. Dann wieder durch. Ja. Und so. Und jetzt. Und schnell. Und dann. Ha. Kein einziges Mal getroffen. Ich hab's geil. Äppah. Und hoppa. Ah ja. Auf da. Und äpsa. Huh. Gut. Was ist das? Ein Hammer. Ah. Niemand sieht zu. Meins. Ah. Geht weg von mir. Böses Ungetier. Oh, schön. Oh, schön. Das find ich toll. Wir können andere Waffen tragen. Wow. Seid ihr des Dämlichkeitssyndroms? Ähm. Geht doch. So, ich wollte wieder einen unnötigen Satz sagen. Ja, kommt auch her. Ja. Böses Hundi. Böse Spinni. Ich mag den Hammer. Er ist toll. Ist schön. Okay. Okay. Huah. Au. Au. Aber er ist verdammt langsam. Ja, sah. Und zack. Und pum. Und poing. Wo wird dat da? Okay. Weck da. Ich will hier durch. Jetzt bleibt. Da. Da.